Mein Name ist Michael Wiefelspütz. Ich spreche heute hier für die ProB Projektentwicklung und Projektsteuerung GmbH mit Sitz in Tübingen und Berlin. Und ich stelle heute unser Konzept für das Queckareal vor. Unser Konzept heißt Wohnen für alle, sozial, ökologisch und günstig. Und mit für alle meinen wir explizit nicht nur für die, die neu hinzuziehen im Queckareal, sondern auch für die bestehenden Quartiere, das Euleareal und das Egeria-Viertel, für die die Neubebauung ein verbindendes und ergänzendes Element sein soll. Zunächst ein paar Zahlen. Wir planen eine Bebauung von 24.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche. Es sollen 200 neue Wohnungen entstehen und ungefähr 2.500 Quadratmeter Gewerbefläche. Unsere Zielstellung für die Projektentwicklung sozial basiert auf zwei Bausteinen. Der erste ist das durchmischte Quartier mit unterschiedlichen Nutzungen. 65 Prozent des neuen Quartiers werden als Mietwohnungen konzipiert. Ungefähr ein Viertel sollen Baugemeinschaftswohnungen werden. Hier wird die Volksbaugruppen an Baugruppen und Baugemeinschaften verkaufen. Und ungefähr 10 Prozent sind als Gewerbe geplant. Dabei ist hervorzuheben, hier im südlichen Bereich wird eine dreigruppige Kita geplant. Ein weiterer Bestandteil des durchmischten Quartiers ist unser Wohnungsmix. Der größte Teil entfällt hierbei auf vier Zimmerwohnungen für Familien. Ungefähr ein Viertel sind als kleine Wohnungen geplant für junge und alte, Single und Pärchen. Dann wiederum gibt es Wohnungen für kleine Familien, Drei-Zimmer-Wohnungen. Und ein Wohnungstypus, den wir in jüngster Zeit immer mehr entwickeln, sind kleine, kompakte Drei-Zimmer-Wohnungen für Alleinerziehende. Der zweite Baustein der Sozialkomponente sind Räume für Gemeinschaft. Diese sollen auf zwei Ebenen entstehen. Die erste ist die öffentliche Ebene. Sie wird hier mit einer Grünfuge, die sich durchs Quartier zieht und die als gemeinschaftlicher Grünraum sowohl für das neue Queckareal als auch für das angrenzende Quartier Eule und das Egeria fungieren soll. Ergänzend dazu gibt es Freiräume im halböffentlichen Bereich wie die Innenhöfe der Gebäude. Dazu wird mindestens ein Gemeinschaftsraum entstehen. Unser Entwicklungsziel der Ökologie basiert auf drei Bausteinen. Der erste ist der nachhaltige Umgang mit Energie. Hierbei auf der einen Seite minimaler Energieverbrauch. Alle Gebäude sollen im Energiestandard KfW-Effizienzhaus 40 oder 40 plus erstellt werden. Wir planen den Anschluss an das hocheffiziente Fernwärmenetz der Stadtwerke Tübingen. Wohnungen werden mit verstellbaren Jalousien zum sommerlichen Wärmeschutz ausgestattet und sämtliche Wohnungen erhalten eine kontrollierte Wohnraumlüftung. Ein weiterer Punkt der nachhaltigen Energienutzung ist maximale Energiegewinnung. Sämtliche Dächer der Neubauten werden mit PV-Anlagen bestückt und die Energie, die produziert wird, soll vorwiegend lokal genutzt werden. Es wird günstigen Mieterstrom geben für die Bewohner, Stromspeicher und Ladestationen privat in der Tiefgarage und öffentlich am nördlichen Quartiersplatz. Dritter Baustein der Ökologie sind ökologische Baustoffe. Als erstes ist hier das Holz zu erwähnen. Wir planen ein Viertel der Gebäude in Holz- oder Holzhybridbauweise zu erstellen. Darüber hinaus kommt der Baustoff Holz natürlich bei uns als in Fenstern, in Böden und auch in Türen vor. Auch in der konventionellen Bauweise versuchen wir immer mehr ökologische Baustoffe zu integrieren. Seit einigen Jahren arbeiten wir mit einem Öko-Kalkstein, der aus lokalen Rohstoffen hergestellt wird und bei dem mineralische Bindemittel verwendet werden. Keine Beton-Zusatzmittel und keine Lösungsmittel. Ähnliches bei Putzen und Farben. Wir arbeiten ausschließlich mit Produkten auf mineralischer Basis ohne Lösungsmittel. Letzter Baustein der Ökologie ist unser Mobilitätskonzept. Hierbei ist das zentrale Element eine durchgehende Tiefgarage für das neue Quartier mit einem reduzierten Stellplatzschlüssel. Den Umstieg vom Auto aufs Fahrrad oder auf das Teilauto- oder Carsharing-Modell wollen wir unterstützen durch mindestens zwei Fahrradstellplätze pro Wohnung. Die Fahrradstellplätze sollen gut zugänglich untergebracht werden im Erdgeschossbereich oder in der Tiefgarage in der Nähe der Zufahrten. Private und öffentliche Ladestationen für E-Fahrzeuge, sowohl für Fahrräder als auch für Autos, sollen den Umstieg erleichtern. Und im nördlichen Bereich, hier sehen Sie es am Quartiersplatz, sind mindestens zwei Carsharing-Stellplätze vorgesehen. Drittes und vielleicht wichtigstes Entwicklungsziel für das Queckareal ist der günstige Wohnraum. Wir wollen hier in dem Quartier fast 70 Prozent preiswerte Wohnungen zur Verfügung stellen. 25 Prozent werden als geförderter Wohnraum realisiert. Ungefähr 20 Prozent der Mietwohnungen wollen wir preisgedämpft machen. Und ungefähr 28 Prozent sind als Baugemeinschaftswohnungen per se im preisgedämpften Bereich zu verorten, da die Baugruppen sich hier die Margen der Bauträger ersparen. Nun möchte ich als vorletzten Punkt noch was zur Optionsvergabe der Baugemeinschaftsgrundstücke sagen. Es ist geplant, Ende November, Anfang Dezember die Unterlagen für die Bewerbung online zu stellen. Sie werden dann ersichtlich sein auf der Webseite des Queckareals. Am 14. Januar ist eine Infoveranstaltung geplant, soweit es die Entwicklung der Corona-Pandemie zulässt. Und von Februar bis April wollen wir die Bewerbungsphase der Baugemeinschaften durchführen. Ich möchte abschließend noch etwas zu unserer Zeitplanung für das Projekt sagen, wobei ich voranstellen möchte, dass wir uns natürlich am Anfang eines Bebauungsplanverfahrens befinden und somit die hier von uns genannten Termine als Zieltermine zu verstehen sind und immer davon abhängig sind, wie das Verfahren läuft. Wir haben jetzt im Oktober, Sie sehen es hier rot eingekreist, das Grundstück gerodet, um noch ergänzende Untersuchungen auf dem Gelände durchzuführen. Im Ende November, am 27.11. werden wir als nächste Aktion das Preisgericht von unserem Wettbewerb abhalten, den wir für das sogenannte Hohe Holzhaus hier oben im Norden durchgeführt haben. Wir haben dort sechs Architekturbüros für einen Wettbewerb eingeladen und sind schon sehr gespannt, was da rauskommen wird. Im Frühjahr, immer vorausgesetzt, dass die Planungen das schon ermöglichen, planen wir den Bauantrag für den ersten Bauabschnitt einzureichen. Des Weiteren werden wir in Abstimmung mit der Stadt Tübingen und dem Landratsamt versuchen, erste Maßnahmen zur Sicherung durchzuführen und wenn möglich auch schon Sanierungsmaßnahmen im südlichen Bereich entlang der Gartenstraße. Im Winter 2021 oder Anfang 2022 würden wir den Baubeginn anstreben. Das fällt ungefähr in die Zeit, in der wir den Satzungsbeschluss des Bebauungsplans anpeilen. Im Frühjahr könnten dann die Baugemeinschaften hier im Hof mit ihren Baumaßnahmen starten und wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen und wünschen, könnten im Sommer 2023 die ersten neuen Wohnungen im Queckareal bezogen werden. Damit beende ich meine Vorstellung und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.